So, einmal außenrum. Ähm, ja, wir haben uns schon alles angeguckt. Hm, dann fangen wir uns einfach mal durch. Ja, ja. Hm, Lilly, good job. I'm not choosing sides. Okay, meinst du? Also, er meint, wir sollen uns zwischen ihm und Lilly entscheiden, weil die Zeit kommen wird, wo wir das müssen. Äh, die beiden, ne, die beiden. Naja, ähm, Lilly hat ja eben gesagt, sie versucht, sich in den Reihen zu versetzen, aber sie glaubt auch, dass er seine Familie aufs Spiel setzt. Also, hm, ich glaube, Verständnis wird bei den beiden nicht aufkommen. So, did Duck und Katja get here okay? Jo, dann schauen wir doch mal. Pickett-Fence haben wir alles, Electric-Fence haben wir uns alles angeguckt. Dann gehen wir nochmal hoch. Na, geh. Und sagen, wir gehen uns mal das Banditen-Camp angucken. Was machen die mit ihren Augen hier? Hilfe. Yep. Ja, es wird eine gute Möglichkeit, zu finden ein bisschen mehr über was wir stehen. Wir machen es. Ich werde hier bleiben und behalte die Forte. Wichtig, wir machen nur eine Reconneissance für jetzt. Wir haben keine Worte getötet. Okay Ich weiß, dass es hier oben ist. Es muss sich nahe sein. Hier! Oh, verdammt! Hast du es gefunden? Ja, ist das schwer zu übersehen, oder? Sneak up to the camp. Okay, wir sollen hinschleichen. Was machen wir? Ähm... Das war's. Was? Das war's. Das Camp ist zu klein. Es kann nicht sein Hauptbasis sein. Das war's, was ich dachte. Schau mal her. Es gibt wahrscheinlich was hier drin, die von uns gebrochen haben. So, jetzt können wir uns alles angucken. Ich weiß nicht, ob wir auch irgendwas mitnehmen können oder sollen. Ne, du sollst ja auch nur gucken. Crate. Nix. In der Box vielleicht? Wieso hat er das denn jetzt weggeschoben? Was soll denn das? Lass das doch da stehen, du Pfosten! Weil die einen Stuhl haben? Naja. Okay, ein Kinderschlafsack. Hm. Looks like they were moving a lot of stuff. What's in the boxes? They're all from save lots. The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? Hm. We don't know whose camp this is. Might not be bandits. It must be. They don't share their neighborhood. Okay, ich will hier aber auch nix mitnehmen, weil dann ja auffällt, dass wir hier waren. Hm? Was war das? Dairy Box. St. John Dairy's. Boxes from the dairy here. Probably a food we've been giving them. Fuckers cross the line. Ein walkie-talkie? Ne, ne Kamera. Äh, ne Kamera. What do you find? A Videocamera. Let me see that. Batterie's dead though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move home. I see you handled that gun. I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Hm, so, wir haben die Kamera doch mitgenommen. Da konnte ich jetzt auch nix machen. Aber ehrlich gesagt interessiert mich auch, was da drin ist. Wir haben noch einen Topf hier. Wasser. So. Was ist das? Verkürzen. Oh, halt. Halt, halt, halt. Nur noch ein paar Dämpfe im, äh, äh, im Kanister. So, wo ist denn unser Kollege? Der müsste doch da irgendwo stehen, ne? Waaah. Hilfe. Und jetzt? Ja, ja. Ich hab doch jetzt alles, oder? Der Müll. Kann man jetzt wieder abhauen? Hm, das hatten wir ja schon. Nochmal ins Tent gucken. Okay, jetzt geht er auch rein. Ein Spielzeughase, ein Familienfoto. Ich glaube nicht, dass das die Banditen sind. Oh, oh. Ähm. Da ist Blut an dem Spielzeug, ne? Was. Ähm. Aber nicht hier, oder? Äh. Obwohl das ist zu klein für einen Menschen. Hm. The hell? Ähm. 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 Okay. Okay. Goddammit. Ähm. 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 Ist euch das aufgefallen? Ähm. 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 Ja, Danny? Was? Du bist nicht auf sie, Maria. Nicht nach dem, was sie mit deinem Freund gemacht haben. Du bist zurück! Was ist passiert? Ich hab das gemacht, Mama. Ich hab das gemacht, Mama. Das ist nicht das, was Terry wollte. Terry? Mein Bruder. Ich vermiss ihn jeden Tag. Dann schraub ihn für alle, warum nicht? Oh, schau dich, Prinzessin. Ich werde das selbst machen. Ach, die sind immer noch am Zoffen. Ähm... Sieh? 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 Ich bin sorry, du hast mehr violence gemacht, als ich in deinem Zeitpunkt gedacht habe. Aber Sie sind alle hier sicherlich. Keine Worte. Ich denke, ich gehe nachher. Keine Worte. Keine Worte. Dessen wird fertig, bevor du es. Sieh? Und danke, dein Freund Koch, für mich. Sie und die Kinder sind in der Wohnung mit dem Kattel. Die Frau ist ein Lebenssicherer. Danke. Hmm. So. Oh, Clem! Wir haben was für dich, Clem. Jaa. Werden wir sie gleich mit überraschen. Ein Gewitter zieht übrigens auf, ne? Talk to Brenda. Talk to Danny. Mit Brenda haben wir ja gerade gequatscht. Quatschen wir nochmal eben mit Danny. Hi. Okay. Das können wir alles fragen, ne? Ich mag die Frau. Was nicht zu lieben? Es ist nur eine Frau. Und das ist, was du falsch bist. Das ist Charlotte. Sie ist so f信心 wie ein sterbender Hound, wenn du eine Böse in deinem Kopf hast. Guckt er denn so böse? Suspicion. Also, hat unseren Verdacht bemerkt. Verdacht bemerkt? Verdacht bemerkt? Der ist ja sehr, ähm, vertraut mit seiner Waffe, ne? Ist vielleicht doch nicht so der friedliche Ort hier, kann das sein? You guys are pretty out in the sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. How do you run this place with just one cow? Used to have more. They get hungry too. Or sick. Got your doctor friend here now though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry. And a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are lucky you're on this side of the deal now. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Was für ein fieser Unterton. Ach ja, der Mark ist ja da drin, ne? Äh. Ich würde hier mal reingucken. Oh, oh. Ich habe gerade eine ganz böse Vermutung, aber... Multitool. Yep. Ist immer praktisch. Sonst ist hier nix, ne? Nein. So, jetzt aber. Mitnehmen. Yep. Wird keiner bemerken. So. Ähm. Sie sagt ja, in der Bahn, also in der Scheune, sind sie alle drin. Das haben wir uns auch schon angeguckt. Wir gehen mal hier durch. Und ich habe gerade eine ganz böse Vermutung, was Mark angeht. Oh, oh. Können wir noch mit den beiden quatschen? Wir können zumindest Lilly doch bestimmt mal fragen, was das schon wieder mit Kenny sollte. Nein. Ähm. Wir sagen es direkt. So ganz unrecht, finde ich, hat sie gerade nicht. She will remember that. Was denn? Was, 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 was wird, was willst du denn remembern jetzt? Was, was, was genau? Hm, ein bisschen wenig Info. Naja, vielleicht, dass wir die Wahrheit gesagt haben oder so. Was macht er denn da schon wieder mit seinen Augen? Hilfe. So. Also Kenny glaubt auch nicht, äh, glaubt auch, dass hier was nicht stimmt. Ja, dann sind, gehen wir ja konform gerade. Do you get the feeling something's going on here? Do you get the feeling something's going on here? What makes you say that? What exactly happened at the camp? Eh, it's nothing. Don't worry about it. Paranoia just getting to me a little bit. Okay, da hat sich der Dialog gerade, ähm, automatisch beendet. Und, ähm, Kenny hat auch Zweifel, was diesen Ort angeht. Sieh mal an. Gut. Dann können wir auch direkt schon in die Bahn gehen, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017